Servus, willkommen zurück auf meinem Kanal Secrets Unvenil. Ja, ich mache ja nicht so viele Reviews von Bands oder so, aber ich finde dieses Album, das habe ich einfach wirklich machen müssen und zwar geht es um folgendes, um dieses Ding hier, um die Overkill Scorch. Was für ein geiles Ding hier, was reißen diese Jungs hier ab auf diesem Album. Also ich finde es der absolute Wahnsinn, das strotzt vor Power, echt der Bobby Blitz, sein Gesang, wie eh und je, einfach genial, wirklich. Außer jetzt so zwei Tracks, die hier drauf sind, sind nicht so mein Fall, die sind nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Jedes Lied hat da drauf sein, eigene Atmosphäre. Das Fever und Back of Bones ist jetzt nicht so mein Fall, aber dafür alle anderen, die hier drauf sind, wirklich. Also, wie gesagt, jedes Lied, eigene Atmosphäre und das Won't Come Back ist mein Absolut. Das ist jetzt nicht das Schnellste drauf, aber ich finde es so geil, wie ihr das singt und so, die Melodie auch und so, wie ihr das singt. Oder Harder Day Fall, was für ein Wahnsinnslied, Hey Twist of the Week. Echt Wahnsinn, Scorch, Going Home, The Surrogon, oder ja, ich hoffe, ich spreche richtig aus, The Surrogon. Wahnsinn, echt wirklich, absolut genial, dieses Album, echt. Wie gesagt, ich kann da echt nicht jeden Song einzeln bewerten, weil da hat jeder Song hat seine absolut eigene Atmosphäre. Und wirklich geil, ich finde das Ding absoluter Wahnsinn, echt. Was die Jungs hier abliefert wieder, was das für Power ist und auch die Vinyl. Ihr habt die jetzt drei, viermal angehört, wirklich. Absolute hammermäßige Pressung hier, das ist auch gerade, also da geht die Nadel nicht rauf oder runter. Und man hört auch hier in der Einlaufrille oder zwischen den Liedern oder so oder auch hinten raus am Ende. Also, kein Knacksen, kein Knistern, kein, gar nichts, nichts, wirklich. Der Sound ist der Wahnsinn auf dieser Scheibe. Also, absolut, also meine Meinung halt, finde ich, für mich echt immer, das ist der absolut genial, irremäßige Sound, top, echt. Also, was die Jungs, ich kenne da nur Schwammer, wirklich. Über dieses Album, hey, was die Jungs hier abgeliefert, äh, ja, abgeliefert haben, wirklich, das ist so hammermäßig. Die Lieder einfach genial, ich sage ja, bis auf zwei Stück, wo jetzt nicht zu meinem Fall sind. Wo jetzt nicht schlecht sind, aber jetzt halt nicht zu meinem Fall. Aber wirklich einfach genial, was hier rauszukommen ist, äh, von Overkill, die Scorched. Einfach wirklich der Hammer. Und, ja, mehr kann ich da eigentlich gar nicht dazu sagen, zu diesem Album. Wie gesagt, das war ein ganz kurzes, äh, so Review oder Beurteilung. Aber ich finde das Album absolut nur gelungen, echt. Spitzenmäßig super Power, super Sound. Und, ja, super Malodie, äh, super Rhythmusparts, alles, wirklich. Ja, es passt einfach. Wie gesagt, meine Meinung, Musik ist immer so ein bisschen Geschmackssache. Aber ich finde das Ding hier der absolute Wahnsinn. Und deswegen habe ich das einfach machen müssen, weil das Ding einfach irre ist. Also, ich finde es echt super. So, und es soll es auch gewesen sein, so das kleine Review oder Beurteilung über das Overkill Album Scorched, das neue. Und lasst mir mal vielleicht auch einen Kommentar oder eure Meinung da, wie ihr das Album findet. Oder ob ihr auch diese Vinyl habt, wie die bei euch klingt, ob da der Sound auch wirklich super ist. Also, wie gesagt, ich kann hier nichts sagen. Das ist also wirklich top, absolut genial. Top Produktion, finde ich. So, und jetzt schweifen wir wieder ab. Und ich sage, danke, dass ich das Video angeschaut habe. Und wie gesagt, lasst mir eine Meinung da oder zu dem Album, was ihr so meint. Und ihr wisst, was jetzt ganz zum Schluss wieder kommt. In diesem Sinne, immer volle Kanne. Okay. ��A-BURG So, ich mache es nur ein paar Jahre, eben ganz bis hier. Ä Craindre, da werden es noch okay. Und dann ist das Kunt. Und dann ist das Kunt. Und dann ist das Kunt. So, ich mache es. Und dann ist das Kunt. Und dann ist das Kunt. Und dann kann ich hin. So, ich sa retain gerne. Jetzt kann die Angelien aus. Ja. Tanned, sie Nemesis. Und dann queen... Untertitelung des ZDF, 2020